Hallo, heute werden wir kochen. Wir kochen ein sehr typisch deutsches Gericht. Es ist Pellkartoffeln mit Quark. Pellkartoffeln mit Quark kommt aus Ostdeutschland, genauer gesagt aus der Lausitz in der Nähe von Polen. Der Quark wird oft noch mit Leinöl angereichert und in unserem Rezept tun wir noch ein bisschen Schafskäse dazu und krabben. Viel Erfolg beim Nachkochen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017